Er sieht sie jetzt zum ersten Mal Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video Heute wird Ash das aller allererste Mal unser neues Familienmitglied sehen Und zwar wisst ihr es ja, also sicherlich wisst ihr letztens ja eine neue Cousine bekommen Das hört sich an, als ob ich ein neues Handy hatte oder so Letztens kam eine Cousine von mir auch zur Welt Wird Ash heute das allererste Mal sehen Wenn das jetzt nur so auf Bildern und so gesehen haben, weil es auf jeden Fall noch was ganz anderes Wenn man sich nochmal real sieht Bin gespannt, wie Ash so mit dem Baby umgeht Übrigens Leute, das ist ja echt so Merch Die neue Winteredition schaut unbedingt im ersten in der Videobeschreibung vorbei Denn der CR-Merch ist ab sofort nicht mehr erhält Bis zum ersten zwölften, also ich glaube, das ist der letzte Tag heute, wenn das Video online ist Wo der CR-Merch erhält, hier ist danach komplett weg Aber dafür ist jetzt die echt so Winteredition neu Schaut unbedingt vorbei Es soll halt einfach ein Grad draußen sein Richtig mies Das ist das erste Mal, wo ich bei, also draußen ist alles gefroren Das erste Mal, dass ich bei Glätte fahre Ach shit, ich brauche die Kamera Sondern wir machen jetzt eine kleine Klopause Und das Witzige ist, es ist genau dieselbe Stelle vom letzten Mal Wir sind genau in der gleichen Raststätte hier stehen geblieben Ich fahre übrigens ganz sauber, also hat bisher alles funktioniert Letztes Mal war ja das Ganze mit einem Blaster, ja genau Wir haben übrigens ganz viele Geschenke für die Kleine mit Und ich habe gerade eben gehört, dass wir auch Geschenke bekommen Also richtig Weihnachten her Wir haben übrigens schon ein, zwei Weihnachtslieder gehört, weil der von den Chart sind Hört ihr schon so Weihnachtslieder und so? Das ist auch Das ist auch eine Toilette, ne? Und darüber Hier ging so ein, äh, hier, äh, wurde Scheiße hier so verschmiert Alter, das ist so eklig Leute, wir sind fast da Und diesmal ist es kein Überachnungsbesuch Das heißt, unsere Tante weiß, dass wir kurz vorbeikommen Hörst du mich? Ja Bist du schon gespannt auf deine Cousine? Ja Ich bin auch sehr gespannt Möchtest du ja mal halten und so gleich? Ja Das war ja, oder? Aber dann fällt sie runter Ohohoho Ne, ich denke nicht Und ich bin gespannt, äh, was wir geschenkt bekommen Mir fällt sie nie runter Nein So stark bist du Wir haben ganz viele Geschenke mitgebracht Oh, was ist das? Oh nein Hast du eine Cousine? Ohohoho Kein Baby Alles leer Leer Klaus Er erinnert sich gerade ein bisschen daran Wir waren im Spaß hier schon mal, ne? Ja Vor drei Jahren Kurz Besichtigungstour Das Zimmer, wo wir damals geschlafen haben Wir sind dann gesperrt Mäusi Oh, kein Baby Wir wissen nicht, wo sie ist Komm, wir wissen auch hier Aber wir können, was ist das noch? 5-mal Katzen? Ich muss jetzt sagen, ich bin irgendwie voll müde Ich weiß nicht wieso Ich bin aufs Geschenk gesperrt Wir haben gerade gesehen, ähm, Baby-Phone Dass die Kleine wach ist Er sieht sie jetzt zum ersten Mal Und? Aufstehen Wie ein Baby, oder? Aus dem Bitterfall Da ist der Korn, Leute Da sind wir gerade Da haben wir so fünf, fünf Gesichter hier auf einmal Jetzt hören wir dich immer rein Joon So viele Gesichter Ich glaub, da möchte irgendjemand weiter schlafen Habe ich doch Habe ich noch weiter geschrien? Haben wir auch so geschrien? Ja, doch Da habe ich lauter geschrien Letztlich das Gefühl das erste Mal, dass ich sie schreien gehört habe Ja, ist auch Kann das sein? Ehrlich? So schreit sie nicht Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, sie war immer sonst so richtig ruhig und so Die hat mich immer angefunden und geschrien Ne, das hat mich mal angeguckt, also Vielleicht gibt es irgendwann nochmal alles Cash Kannst dich ein bisschen füttern Ja genau Das erste Mal deine Cousine halten Das erste Mal deine Cousine halten Geben mal Geben mal Geben mal Geben mal Geben mal Das ist ja nicht so, als hätte ich mir eben gegessen So Übrigens geht sie mir jetzt auch schon zurück Das sieht echt irgendwie ein bisschen verfressen aus, oder? Ne? Okay, dann nicht Leute, mittlerweile ist es auch schon dunkel Wir fahren uns nach Hause Im Dunkeln fahren uns Mega geil Ja, also Es ist sau früh eigentlich noch Aber das ist dunkel So Auf nach Hause Mittlerweile sind wir wieder zu Hause Es ist auch schon der nächste Tag Ich wollte mir jetzt mal ganzes von euch verabschieden Das war's an der Schlaufe von dem Video hier Ähm, das gerne oben Da vergesst nicht gerade kostenlos zu abonnieren Und unbedingt mal beim Merch vorbeizuschauen Denn die Winter Edition ist jetzt gerade Frisch neu rausgekommen Also lohnt sich vorbeizuschauen Der CM Merch wie gesagt nur noch heute verfügbar Ab morgen Dann ist er dann weg Komplett Und außerdem wollte ich noch ganz kurz sagen Ähm, der Winter Merch Der ist jetzt für zwei Monate erhältlich Also bis Ende Januar könnt ihr den bekommen Ist sogar reduziert Also ist günstiger als der Rest Schaut unbedingt vorbei Lohnt sich auf jeden Fall Ich würde sagen sie uns noch nächstes Mal Bis dann, euer Meg Ciao Bis dann!